Wir gucken erst mal hungrig auf. Let's go. Was ist hier für ein Scheißer? Der schreibt die ganze Zeit, wie viel Kohle ich mit den Reactions mache. Was will der denn? Ja, den drücke ich jetzt eine rein. Ich sag dir jetzt, was das ApoRed Video gemacht hat. 6.000 Euro. Ich hab noch nie mit einem Video so viel verdient. Nach zwei Wochen. Mann, wo ist der Fokus? Das ist das schön scheiß. Das macht mich richtig aggressiv. Sieh doch bitte. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aber meine Kamera hat ja mittlerweile Autofokus. Ja. Mein Brot. Fokussiert. Best of Illegia Cup 2022. Mit Molte. Ich hab nicht noch. Aber was bei Molte nicht gut heißt, ist trotzdem noch göttlich. Schöner Abbruch von Molte. Ja. Ja. Waaat. 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 Doch ein gewisser jemand hat dem Rentner an diesem Tag die Show gestohlen. Waaat. Nee. Aber das Spiel spürt ihr auch wirklich Fußball, ne? Also Profi. Ich muss kurz was los, wenn... Kennt ihr das? Ihr habt noch das Metallabrott in eurem Mund. So, jetzt hab ich noch ein bisschen im Mund. und jetzt werde ich das noch im mund habe und dabei weiter essen wollte ich nur mal ganz kurz hat er das dann so gemacht wie diese dicks videos diese christian videos und das musik mit vorm und reden tut mir voll leid noch aber sieht nie war nicht der einzige der gezaubert war zehn von zehn bis zu einem bestimmten zeitpunkt wo mir war zu ende ich gehe in meine kabine einfach meine schuhe sind nicht da das war im creator bereich die einzigen die das hätten klauen können waren andere youtuber oder streamer an den youtube oder streamer der meine schuhe geklaut hat bruder gib mir doch meine schuhe zurück als ob sich reiche influenza gegenseitig die schuhe klauen oder was ich geklaut habe ich wusste nicht dass sie das mitgenommen derjenige der grauen belästigt hat ich höre aber mütter machen das beste beste essen so die kamen immer mit so einer weil die münchen die kamen immer auch früher ne die kamen immer mit so einer platte mit ganz vielen früchten und haste nicht gesehen ne die hat immer ein zauberwerk da veranstaltet heilige maria ich möchte sie nur waren gestern bin ich da ausgerutscht sind da andere leute ausgerutscht der einzige streamer auf dem oktoberfest er reagiert häufig unkontrolliert und kann seine aggressionen schwer steuern legt er sich aber wirklich mit jedem an oder so wenn ich videos von ihm sehe ist er immer voll so am schreien ich weiß nicht was das war komm jetzt ein kussilein und We are the champions, my friend. Wann das? Was bin ich denn für'n Loser? Wann vielleicht reißen Sie sich fest? Oh. Damn, boy, he's this! Bringt das Ding da wieder ein, es sind schließlich Kinder anwesend. Stopp! Juna. Was? Flotswortenverbot? Ist das wahr? Was? Verbot? Genau jetzt gleich im Stream kam die Meldung rein, ein Update von Twitch. So, mein, mein, die Ereignisse überschlagen sich. Fluchspiel auf Twitch wird es nicht mehr so geben, wie zuvor. Wirklich Slots auf Twitch verboten. Hast die nur Streaming erst am 18. Oktober auf Twitch verboten? Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ach, krass. Äh. Äh. Ruf zerstörst, Seele verloren und dann am Ende doch kein Geld. Hä? Was geht ab auf Twitter? Ihr Skubos und Orange im Orange, wo bleibt ihr? Das Jobcenter wartet schon auf euch. Wo seid ihr? Ohhhh. Ohhhh. Scheiße. Mittagessen bei Familie Eris. Schon essen soweit? Ja. Hab ich mich gerade mal hingesetzt und muss hier schon wieder essen. Junge, der lebt sein Leben, dieser Opfer, ey. Die Arme sind geistesgestört, der ist groß, die Beine sind echt top. Ich schwöre. So und jetzt ist Tag der Wahrheit, zieh mal die Hose runter. Neiiiins. Ich kann es werden. Schärfechip-Bestrafung mit einer Amphibie. Ist irgendwie ein bisschen bedrückte Stimmung hier. Warum? Warum lacht ihr nicht mit? Oh. Abo, wer ist der Pinguin bei euch? Welcher Pinguin? Privater Kellner schreiben die. Guck mal wie geil, Alter. Du bist noch der neue Montana-Black. Problem ist, ich kann gar nicht viel zu sagen, weil es einfach so funny ist, kann man den gar nicht viel schicken. ich mir zu sagen einfach los einfach wild wie kann die so ruhig bleiben oh mein gott ich hätte schon längst aus panik weggeschnipst ich wurde einmal als kind wurde ich einmal in meine achse gestochen von der scheiß wespen die kack wird jetzt nicht sagen schweine weh schweine weh auf jeden fall ja ich habe doch gar nichts gesagt das ist übrigens meiner meine schönste straße ich habe leider ein freund für mich ich kenne das ich kenne das ich kenne das ich weiß nicht wieso aber wir fahren werden manchmal echt so richtig künftig angebaggert weil ich denke mir mal was was denken die kerle sich dabei denkt er wirklich der kriegst du denkt er wirklich ne 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 ich schwöre ne ich hätte so eine geschädert ne ich hab alles sehr behindert oder so woher die kann ich so ruhig bleiben ich werde schon jetzt ausgerastet monte monte lieben wir das gucken wir uns jetzt an wie heißt das monte stellt sound donations ein kann man das mit bits einstellen oder was oder nein auf keinen fall ich konfiguriere das mal connect with twitch ist ja todeslaut gewesen man kann ich das nicht leiser machen das ist der sinn davon sich zu erschrecken 1000 bits sagt ja ich glaube auch nicht dass wir es auf lange zeit drinnen lassen können was ist das für ein quatsch hier alter ich fühle das gerade so 1000 1000 bits habe ich jetzt eingestellt jetzt schauen wir mal wie es funktioniert nach 100 nein bruder wir wollen wir wollen das ja theoretisch gesehen auch wirklich das findet jetzt lustig unterhalten was die bekommt die seite kohle hast hast du irgendwann auch frauen und natürlich auch autos ich verlose diesen rentner das ist ein sehr schöner rentner das ist eine frechheit kann ich mit den kann ich mit bis das ist die tür ne digga auf gar keinen fall wir werden digga Ey! Ey! Sag mal, spinnt ihr in komplett. Lass mich in Ruhe. Alter, das war voll laut. Hallo. Entschuldigung. Wie frech. 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 Digga, was denn? Kann man selber da... Oh, bestes Geräusch. Nee, das ist uns das beste Geräusch. Der war gut, Digga. Gute Zeit. Was ein Abfahrt. Das ist... Also ihr habt selber Schuld, Chat. Ihr wolltet das. Ihr wolltet das, Digga. Ihr habt selber Schuld. Ich schmal ihm so die Prüge raus. Interessant, gut zu wissen. Wir haben 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. 19.000 Witz gemacht, Digga, damals. Digga, noch nie war das so einfach. Kaboom. Wie bitte? Ist das jetzt dein ernsthaften Sohn? Ich find's irgendwie lustig, Digga. Und man kann selber Sounds einfügen, oder was? Stell dir mal vor, der kommt, Digga, wenn ich Ronaldo ziehe. Traut euch! Kommt zu mir als Schauerberg 8. 540 Gramm Sippo, die mit weißem Logo gibt's noch mit Camouflage, Freunde. Wer die noch nicht ausgecheckt hat, den kann man auch nicht mehr helfen. Also, die steht für Gönn, weil, richtig, das Haus zahlt sie nicht von alleine. Was? Ja? Was? Helikopter, Helikopter! Helikopter! Ist ja wieder die Junge! Crap, 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 Crap! Jürger! Manfred! Essen kommen! Ist voll voll los, Digga. Uh, Wil, Manfred! Aber man muss fairer... Man muss fairerweise sagen, die Ludos waren schon echt eine legendäre Zeit, Digga. The giant horse cock weighs over 11 pounds. Und Mustang! Walk out! Jetzt ist es soweit! Halt's, Paul! Aber die Ludos, der braunen... Brasilien! Bruder, was man da sich zusammenbastelt, Alter, ist ja wohl, äh, Digga. Haha! Geil! Ey, das war lustig! Klotz nicht wunder... Das war echt geil! Feier ich!